Hotel am Hermannplatz ist ein kleines familiär geführtes Hotel mitten im Kiez zwischen Kreuzberg und Neukölln. Alle unsere Zimmer sind mit Dusche, WC, Kabelfernsehen, WLAN und Telefon ausgestattet. Durch unsere zentrale Lage, 200 Meter vom Hermannplatz entfernt, erreichen Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in kürzester Zeit alle bekannten Sehenswürdigkeiten. Genießen Sie am Morgen unser reichhaltiges Frühstück mit unserer selbstgemachten Marmelade für einen guten Start in den Tag. Bei rechtzeitiger Buchung stehen Ihnen gerne unsere hotelleigenen Parkplätze zur Verfügung.